so hallo youtube wie versprochen zeige ich euch heute mal zwei einzelstücke also customs mit dederscheide nachdem ich ja gestern die anderen beiden gezeigt habe mit der kydex zuerst mal das her ist vom gleichen macher wie gestern die beiden die ich gezeigt habe nur hier ist die die scheide vom stefan kleinhuber das ist natürlich was ganz feines da ist auch so ein verlängerungs teil dabei dass man sie tiefer ans bein hängen kann dass man besser rankommt wenn man eine jacke an hat oder so das messer selber sehen wir hier die griffschalen sind aus grünen mikada gemacht vorne mit dem mosaik bin die gesamtlänge sind von dem messer sind 19 cm die klingenlänge 8,7 und die stärke ist diesmal nur 4 mm stahl ist wieder 2842 das ist o2 und das gewicht von dem messer sind mit lederscheide 268 gramm und ohne 197 also ein bisschen leichter aber immer noch ein ordentliches messer passt bei mir auch perfekt in die hand und da lässt sich auch mit arbeiten so ein bisschen bowie klinge angedeutet das andere ist jetzt also da ist ein bisschen gemischt alles und zwar ursprünglich ist das messer von blade systems hergestellt worden als voll metall ohne griffschale und dann sind nachträglich griffschalen aufgebracht worden vom besitzer in roten mikada finde ich auch gut weil die passen der griff ist ein bisschen kürzer als bei den anderen aber bei meiner hände passen die gut die griffschalen das bei dem meter ist der stahl o1 also eine ausnahme das ist auch mein einziges meter mit o1 stahl die gesamten länge sind hier 20 cm die klingenlänge 10,5 und die klingenstärke sind 5 mm und das gewicht mit lederscheide 280 gramm ohne 179 also auch nicht so schwer wie die anderen die ich gestern gezeigt habe aber trotzdem eine ordentliche stärke full tank also da lässt sich auch was mit anfangen die scheide ist ein eigenbau vom vorhergehenden besitzer ist auch sehr ordentlich gemacht sehr robust ist auch so steif dass das messer einrastet und dann drin hält ja die messer wollte ich jetzt einfach mal zeigen nur sind es eben einzelstücke und die können du euch sowieso nicht kaufen außer ich trenne mich mal von einem ansonsten gibt es dazu einfach nicht mehr zu sagen ok was als nächstes kommt weiß noch nicht lasst euch mal überraschen bis dahin danke fürs zusehen und ciao ciao